Liebe Schüler und Schülerin, Hallo und willkommen zur ersten Stunde in der ersten Klasse. Zuerst, wir machen eine kleine Wiederholung, eine Revision. A. Auto A. Auto P. Bär C. Klauen D. Drache E. Elefant F. Flugzeug G. Gespernist H. Hund I. Indiana J. Judo K. Katze L. Löwe M. Maus N. Nest A. Auto P. Per C. Klauen D. Drache E. Elefant F. Flugzeug G. Gespernist H. Hund I. Indiana J. J. Judo K. Katze L. Löwe M. Maus N. Nest Okay, heute lernen wir zwei neue Wörter, nachdem wir mit Alphabeten O und P. So, er ist O-Oa. 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 Und das ist O-Oa. O-Oa. Ja? P. Papagei. P. Papagei. P. Papagei. O. Oa. P. Papagei. O. Oa. P. Papagei. Vom Anfang kommen wir aber noch einmal. A. Auto A. Auto A. P. Per A. C. Klauen A. D. Drache A. E. Elefant A. Flugzeug A. G. Gespernist A. Hund A. I. Indiana A. J. Judo A. K. Katze A. L. Löwe A. M. Maus A. N. Nest A. O-Oa. P. Papagei. O-Oa. P. Papagei. O-Oa. P. Papagei. Danke. Danke. Okay. A. Die Hausaufgabe, il-Homework Puklit auf Seite 4 Puklit auf Seite 4 Zum letzten Mal lesen wir das eine irrohomle ächere Mora A. Auto P. 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 A. C. Klauen D. Brache E. Elefant F. Flugzeug G. Gespernist H. Hund I. Indiana J. Judo K. Katze L. Löwe M. Maus N. Nest O. Oa P. Papagei. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Inshallah.